All right, let's go. Kannst du das mit in die Küche nehmen und irgendwo aufkriegen oder so? Oder gehst du nicht in die Küche? Kann mich aufhängen. Kritisch, Digga. Kritisch, Niklas. Nein, mich an dem unser Gespräch aufhängen. Ah, du, an unserem Gespräch aufhängen. Ach so, okay. Get ready, shit. Manpower! Das ist so dumm. Ich kann es nicht. Aber ich versuch es trotzdem nochmal. Hey, aber so schnell hab ich trotzdem noch nie eine Flasche ausgetrunken. Vielen Dank.